Ingo, du zerbrechlich, ja hier, grüß dich. Oh, nicht wackeln. Bis heilig. Klaus, was ist dies Jahr? Dies Jahr machen wir, wie jedes Jahr, eine wunderschöne Gulaschsuppe gekocht von Herrn Reisner. Sehr viel Mühe. 24 Kilo Paprika, Gulasch und Fleisch und Zwiebeln und Liebe. Und mit sehr viel Liebe gekocht, natürlich. Kann ich mal rin gucken? Oh, das sieht ja lecker aus. Einmal Suppe? Einmal Suppe schon.